Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge A Marathon Voyage. Ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, wo ich die ganze Folge damit verbracht habe, wir durch die Karte zu wandern und nicht zu wissen, was ich zu tun habe, bis ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, wir an diesem kleinen, ich sag's mal, Brunnenwasserfall, ähm, dass ich da was machen kann und, ja, jetzt kommen wir auch mal wieder weiter. Super. So. Ähm, der gute Herr wollte was. Nein, das wollte er noch nicht. Okay, warte mal. Nee, ja doch. Nein. Nein, ich habe nicht alles, was ich brauche. Ich sollte gut aufpassen. Ja, ist ja gut. Okay. Ähm, den Kristallsplitter. Äh, okay. Was sagt mir die Karte? Ach so. Hier kann ich was machen. Kristallsplitter. Ich komme da nicht weiter, weil mir da noch was fehlt. Hier komme ich auch nicht weiter, weil mir hier auch noch was fehlt. Ich weiß nicht was. Ich habe keine Ahnung. Da fehlt ein wichtiges Teil. Da kann ich zwar rauf. Aber da fehlt mir auch noch was. Der Splitter wird ja nicht hier reinpassen und das andere Zeug. Ah, da fehlen mir noch zwei, sehe ich gerade. Kann ja viel ausprobieren. Also ich habe hier... Außer den zwei Teilen habe ich nichts, was vollständig ist. Ich habe keine Ahnung. Kopfschmuck. Ja. Ich übersehe wieder irgendwas. Irgendetwas übersehe ich schon wieder. Bisschen Eigen-Isser. Er möchte diesen Essenzkristall nicht haben. Ähm. Ich übersehe wieder irgendwas. Die Karte sagt mir, dass ich hier was tun kann. Also hier gibt es was zu erledigen. Und hier muss ich auch irgendwie weiter... Hier muss irgendwas sein. Ich gucke hier nochmal etwas genauer nach. Aber... Wie gesagt, da waren wir jetzt drin. Da brauche ich jetzt nicht rein, weil das ist jetzt Quatsch. Es ist hier aber wirklich nichts zu tun. Also... Das habe ich gemacht hier. Ich glaube, das war sogar noch in der letzten Folge. Aber ich kann hier nichts machen. Außer an diesem Kristall und hier dran. Aber ich habe nichts, was... Ich habe nichts, was ich da irgendwie für gebrauchen könnte. Also... Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich wüsste... Irgendwas, was... Was... Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Ich bin... Die anderen Sachen sind alle nicht vollständig. Ich übersehe doch schon wieder irgendetwas. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, hätte ich gesagt. Aber hier ist ja auch nichts mehr. Es ist ja alles fertig. Hält sie da etwas in der Hand? Ja. Aber... Ich habe nur zwei Augen. Wir fangen nochmal von vorne an. Hier bin ich fertig. Am Portal. Genau. Was anderes kann ich hier auch nicht mehr tun. Also, das ist definitiv hier abgeschlossen. Die Szene. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist alles fertig. Ich kann auch nichts mehr einsammeln. Oder... Nein. Nee. Da wollte ich doch nicht hin. Ähm... Wie gesagt. Hä? Also, hier ist definitiv nichts mehr, was ich jetzt... Irgendwie noch aufsammeln könnte. Oder... Irgendwas machen könnte. Also, gehen wir weiter. Hier ist auch nichts mehr. Außer, wie gesagt, diese Statue, die da noch... Wo ich noch ein Auge brauche. Welches ich noch nicht gefunden habe, weil ich nicht weiterkomme. Ähm... Wie ihr seht, ich bin gerade ein bisschen... Bisschen ratlos. Also, wie in der letzten eigentlich auch. So, jetzt gehen wir weiter. Da ist wieder... Das und das. Wo ich nicht weiterkomme. Hier brauche ich nicht hoch, weil hier kann ich auch nichts. Ich habe hier... Ich könnte... Da fehlt mir dieses... Oh, nein. Ähm... Ganz ehrlich... Ich glaube, ich brauche eine Brille. Ich habe schon eine, aber... Echt jetzt? Ich habe den nicht gesehen. Ich bin da schon 30 Mal dran vorbei. Ich habe das einfach nicht gesehen. Geht her, das Ding. Viertes Teil. Super. Oh, mein Gott. Echt jetzt? Und das ist der letzte Teil. Oh, mein Gott. The first spirits, Leviathans of Primordial Anther, roamed for countless millennia. As their bodies returned to the Earth, Harmonium became part of the soil, transforming over time into minerals. The last of their kind, Vigor, lived to see the rise of new creatures, among which a human approached him. Vigor taught the man how to wield Harmonium, and he became the first king of Anther. Over time, humans divided into those born with the ability to use Harmonium and those who could not. As it usually is with humans, they argued over which was superior. After one king died airless, a skillful young ranger emerged, promoting equality between the two classes. She prophesied that pride would corrupt them and bring about Anthers downfall. Was that was to say? Oh god, I have this stone here, I really don't seen, I never seen. also also mehr als blühend fisch kann man nicht mehr sein das ist es ist einfach gar nicht was wollte ich denn jetzt hier ich muss wieder zurück ich muss wieder zurück aber hier noch was mit dem ach hier genau da kommt der stein rein ja 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 Aha, okay. Okay, Klinker. Stein, Saphir. Ja, eine Lupe hätte ich auch gebraucht in den letzten zwei Folgen. Oder so ähnlich. Und einen Stein. Ist der Stein? Ah, da auch. Eieieieieieiei. Was soll ich jetzt dazu sagen? Meine Herren. Halle der Lichter. Aha. So. Bilde die rechts angezeigten Konstellationen nach, indem du die Zeige auf die entsprechenden Tiere richtest. Ah. 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 Das fällt doch gar nicht hin. Bildet die rechts angezeigten Konstellationen noch. Moment. 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 Da. Ja. Was ist denn das? Ah ok, jetzt habe ich es kapiert. Die Sonne ist... Nee... Der Mond ist... Das... Die Sterne sind das... Die Sonne... Gut... Der Mond ist... Äh... Da... Die Sonne ist... Das... Die Sterne... Ja... Die Sonne ist... Der Vogel... Der Stern ist das mit den Flügeln... Und der Mond... Äh... Da... Ja... Sehr schön... Nee, nee, nee... Super... Dann haben wir das auch... Das ist ja auch alles erledigt... Meine Herren... Jetzt komme ich auch da oben weiter... So... Fruchtsäure... Dann lass es mich mal raten... Die kommt da drauf... Wunderprächtig... Da haben wir das... Da haben wir das... Sonst haben wir hier nichts mehr... Es ist nur noch er hier... Okay... Dann möchte er vielleicht... Äh... Nein... Ich glaube, das ist der... Hier... Der... Wollte ja auch noch was haben, ne? Nicht... Echt jetzt nicht? Du möchtest das nicht? Okay... Dann gehe ich wieder zurück... Na, wenn du das nicht magst... Dann... Dann möchte das vielleicht... Auch nicht haben... Aber hier war ich jetzt fertig... Richtig? Ja... Da war ich doch gerade... Ich sag's ja... Manchmal fühlt man sich vom Spiel echt ein bisschen verarscht... Ich hab doch... Ich hab's nicht richtig... Richtig drauf gemacht... Ich krieg die Krise... So... Kristallsplitter... Der letzte Kristall... Okay... Juti... Ein weiteres schönes neues Rätsel... Aber... Das machen wir erst in der nächsten Folge... Bis dahin sage ich... Ciao, ciao ihr Lieben!